hallo und willkommen zurück zu schönen jaz let's plays und die outer worlds wir sind auf terra 2 wieder unterwegs nur statt da will ich doch eigentlich hin was ist das da unten da noch hin ja also wir sind auf dem planeten um geld zu kriegen für irgendwelche sachen in dem fall für die forschungsdaten um einen ding zu kaufen um einen navpoint zu holen um weiter zu kommen weil wir können ja auf dem planeten nicht einfach so landen wir brauchen immer navigations punkte und der kostet einfach mal 10.000 ich hatte 12.000 aber ich wollte jetzt nicht mein ganzes geld was ich habe mir ja noch nicht einmal was gekauft in dem spiel seit dem ich spiele und mein ganz gesamtes geld wird jetzt nicht einfach ausgeben nur für diesen nach point deswegen mache ich jetzt schon noch diese nebenaufgabe ich krieg dafür gut geld wie bist du was sollst du bist über die anderen seite rein das sieht mir brenzlig aus du bist 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 du Okay, also sollen die Leute aufhalten? Okay, das heißt aufheben, das heißt nicht stehen. So, würde ich mal ganz kurz hier bei den Waffen schauen. Nee, wie wir sortieren? Und was war? Schrott? Zerlegen? Ach ja, beim Zerlegen kriegt man ja immer so wenig. Nee, dann Schrott. Warum ist da ein Diamantsymbol? Ist genau das gleiche wie das. Komisch. So, und da ist auch dieser Dolch, 137, meine hat aber mehr. Okay. Wie sieht eigentlich die Karte aus? Okay. Zwei Zegler, beziehungsweise Ausgänger. Ein Armreif und ein Buch. Ist wahrscheinlich ein Questbuch später. Cure reinhacken. Muni und spritzen. Und ich bin langsam wieder zu schwer. Kann nämlich nicht mehr rennen. Toll. Alle Türen aufmachen. Das habe ich auch selber hingekriegt. Da hätte ich gar nichts für ausgeben müssen. Aber wir haben ja genug. Und da ich die Fähigkeit schon zwei Stufen hochgebracht habe, kriege ich das meiste ja umsonst hin schon. Verkopf. Verkopf. So. Ich werde bestimmt eh nicht mit einer Schaufel rumlaufen, dann kann ich die auch weghauen. So, wollen wir mal gucken, ob es hier irgendwas doppelt gibt. Das hier. Okay, dann. Das ist Schrott. Okay, dann zerlege ich das jetzt aber mal. Dann sollte ich doch hoffentlich wieder schnell sein. Und bin ich auch, sehr gut. Wie sieht der so gut aus? Wer hat es? Wer hat es? Der kann nichts mehr angreifen. Ich frage mich, wie die Raptoren überhaupt reingekommen sind. Ganz viele Roboter und der sah stark aus gerade. Das war mein Primärziel. Diese Dinge einsammeln wir wahrscheinlich definitiv einfach mit der Maus. So, aber jetzt würde ich mal den Schaden hier auf dem Nahkampf hochmachen. So, an sich kann ich raus. Hier kam ich jetzt nur rein, weil ich den Schlüssel hatte. Uh, da war viel Zeug. Okay. Okay. Ein neuer Helm. Und ich bin überfüllt. So, alles unter 100 haue ich jetzt eh mal weg. 122 ist eigentlich auch schon grenzwertig. Machen wir mal alles unter 150. Die Zweihandwaffen sollten eh stärker sein. So, und theoretisch müsste ich eigentlich hier auch was aus... Wobei das ja... Die Schockkanone... Ich mag sie, aber trotzdem... Die Schockkanone... Okay. LoL Komm ich raus? jetzt kommt er da hinten auch noch bin ich denn vorhin an den vorbeigelaufen eigentlich ist es auch egal unten lang da waren die gegner wieder die ganzen wissenschaftler wurden von den übel abgerechnet das forschungslabor jetzt habe ich gerade ein bisschen zu schnell gedrückt und das das Jesus. Der Hund lebte ja. Ich dachte, das war eine Tierleiche, so wie die anderen auch, die hier überall rumliegen. So, da ist noch so ein Labor. Nee, das ist nicht das, wo ich hin will. Oh. Oh. Oh, gut. You're not sure. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. I suppose it does not matter. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Nothing. Okay. 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 Ich könnte mal wieder speichern. Hmm. Okay. 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 So, Zeit ausgang. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Dann sage ich dir mal Bescheid, dass der Fluchtweg frei ist, dann kriege ich noch eins. Frage mich, ob ich auch von hier rankomme. Sie war doch irgendwie direkt da, oder nicht? Loll. Eine Laborkette. Da geht's hoch. Was ist das für ein Geräusch? So, ich kam von oben, das heißt hier war ich noch nicht. Da ist nichts. Ein Flammenwerfer, der ist wahrscheinlich praktisch gewesen. So, ich bin nicht so glücklich, bitte sag mir, dass du hier rauskriegst. Und jetzt, wenn... Oh, wirklich? Und warum, ich sage, würde ich so machen? Okay. Habe ich gerade viele Köste auf einmal abgegeben. So, ich vermute mal, der Fahrstuhl hier hinten bringt mich wieder hoch zu dem Typen. Guten Tag. Hallo. Aua. Zu spät gesehen. Fette Sensor. Du verdammter Turncoat. Wir sahen alles. Du musst mich ein Fynn denken. Ach, das war die Anführerin. Ich denke, wir haben nichts zu sagen. Du bist besser rauskriegst du hier. Du hast einen Moment. Start jetzt. Du hast sie verpflichtet, uns in Frieden zu lassen. Ich muss glauben, dass alles, was wir getan haben, etwas an die Firma bedeutet. Dr. Crane. Das Effekt wird für Fehler machen. Geheimlaborschlüsselkarte. Gibt es jetzt wahrscheinlich nochmal einen anderen Weg, wo ich rein könnte. Uh, 480, aber das ist der Flammenwerfer, ja. Aber den sollte ich vielleicht auch reinnehmen. Frage ist, was nehme ich raus? Das da vielleicht, das macht nur Grundschaden. Halt, das sollte ich nicht. Das hat ein Körperpanzer. Okay, sehen so ähnlich aus. Aber es ist was anderes. So, war hier nicht irgendwo ein Automat? Ich bin so langsam. Ah, nee, das ist nur ein Dings. Na gut, egal. Wir sind ein bisschen nacheinander raus, ne? So, aber ich sehe gerade, wir sind wieder über der Zeit. Dann machen wir doch hier mal wieder ein Päuschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.